So, Halli Hallöchen, da sind wir wieder bei Let's Play The Binding of Isaac beim Daily Run Nummero 2. Ich lasse mich überraschen, ich habe keine Ahnung, wir sind, wir haben einen schönen Schnurrbart. Uns haben einen Monstro und einen Schlüssel, müssen aber nur bis zum Abends Fuß. Oh, oh, da haben wir das Dry Baby. Furz trocken, also mit dem, also dagegen, und zwei Schlüsselstart. Gut, ein bisschen wenig Lack, wer sind wir denn? Wir sind Eden, oder? Äh, also dafür, dass das, die Challenge ist immer mega easy im Vergleich zu der vorigen, wenn wir nur bis zum Abends Fuß müssen. Ich meine, wir haben uns ja auch wieder aus Summon Monstro, aber deutlich angenehmer. Da bin ich ganz aufgeregt. Oh, ein Stachelraum. Gut, Dry Baby ist zwar eher effektiver bei den, ja, Bossen eher nach Mams. Fuß, aber, gut, wir haben es halt. Und furzen ein bisschen rum. Äh, okay. Alles harmlos. Dann, Gratis-Items. Mensch, was ist hier los? Hammer. Larry Jr. Bam. Einer. Oh, was, der wird schnell? Was, warum wird der schnell? Seit wann ist der schnell? Oh! Warum, 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 ist der wütend? Kenn ich ja gar nicht von dem. Ah! Scheiße, was geht denn da ab? Okay, ist das die Challenge, dass Bosse schneller werden? Warte, warte. Okay, bei Mams Fuß wird es dann doch ziemlich unappetitlich, wenn die schneller wird. Ich weiß nicht, ist das die Challenge? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wäre Larry noch eine kurze Sekunde länger auf der Stelle gestanden? Oh Gott! Ja, ich kann mir gleich noch mehr fliegen. Ähm, wäre da noch ein kurzes Momentchen länger auf der Stelle gestanden, hätte ich beide mit Monstruo erwischt. Okay, es geht mit den Fliegen. Ich dachte jetzt, die Fliegen viel hässlicher. Und ich will, äh, Seelenherzen. Das wäre nice. Dann kriegen wir nämlich noch ein Devil Deal. Also außer ich verkack's mir gleich so unglaublich. Bei diesen Fleischklumpen hier. Komm, mein Dry Baby kann doch auch mal was abfangen. Oder, oder ich weiche einfach ganz aus. Großer Raum. Äh, ganz viele Fliegen. Okay. So. Oh, guck mal, hier. Jetzt ist Dry Baby. Genau, macht einmal. Plopp. Alle tot. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, oben hat's nur einen Stachelraum. Will ich da rein? Noch nicht. Ich überleg's mir. Vielleicht geh ich am Ende der... Das, das Floor ist nochmal hin. Ach. Hängt der, hängt Monstruus Zahn um den Hals? Von uns? Ja. Oder? Sieht so aus. Cool. Oh Gott. Äh, warte. Da brauch ich eigentlich nochmal Dry Baby. Ja, komm. Komm. Fang ab. Oder auch nicht. Schießt. Ach, Dry Baby. Komm, fang noch mehr Schüsse. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht wie, aber er hat einen abgefangen. Meine Nase kribbelt. Ach, das ist eklig. Äh. Kack Item. So, ich will mal gucken, kann man donaten? Ne, kann man nicht. Hab ich mir schon gedacht. Aber wir können hier einmal sprengen. Äh, dich nehme ich mit. Wenn wir eh nicht donaten können, auf coole Items zu sparen, bringt aber auch nicht so viel. So, okay. Gucken wir mal Boss Nr. 2 an. Little Horn. Oh, sehr schön. Wird er auch schnell? Ne, er wird noch normal schnell. Oder vielleicht kommt es ja noch. So. Ja. Nö, wirkt noch mal. Warum war denn Larry so schnell? Ah. Okay, er hat sich wieder mal selbst gesprengt. Halte mich. Was halte... Oh, der Händler. Und Gappis Schwanz. Verflucht? Fragezeichen. So. Oh. Nur eine? Shit. Na? Nase kratzt. Äh, Nase juckt. Ich kratz. Uh, nochmal Cash. Ähm. Ich will doch nicht in den Stachelraum. Nö. Hab jetzt eigentlich auf ein cooleres Double Deal Item gehofft. Oh. Jawoll. Warte. Alles mitnehmen. Oh. Okay, es killt sie sowieso. Soll ich den Raum machen? Ne. 15 Gold und es gäbe nur Mom's Box. Na dann. Ein Seelenherz reicht vollkommen. Wir brauchen noch irgendwas, was Stärke gibt. Also wir haben jetzt die Utility. Wir haben... Äh, und Utility und Leben haben wir. Wir brauchen noch Stärke. Damage Item. Viel, äh, weiß nicht, Shot Speed, viel Tears ab. Ah, hauptsächlich Damage Item. So. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist der Boss. Soll ich den jetzt schon kurz machen? Oh, ne goldene Bombe. Dann machen wir ihn kurz. Nein! Verdammt. Und dann mach ich auch noch so ne Scheiße. Was war's? Dry Baby. Komm. Du beschützt mich. Oh, hier ist Dry Baby cool. Wenn er irgendwas macht. Bam. Ich bekam wieder einfach mit Bomben. Oh, er ist schon tot. Tears up. Genau das, was ich wollte. Und zwei Seelenherzen. Yeah. Zwar kein Devil Deal, aber dafür ist die Chance im nächsten Floor. nochmal erhöht. Ein blauer Stein. Auch nochmal ein Seelenherz. Okay. Ach, Flur. Oh. Okay, ich dachte, es wäre jetzt so ein Mirrored Buddy. Wir haben ja zum Glück auch unendlich Bomben. Oh, ist das. Läuft das nice. Guck mal, unendlich Bomben. Ich kann so viel Scheiß bauen, wie ich will. Ja, dann such mal den Geheimraum. Hier ist er nicht. Einfach so fliegen. Ha. Das Dry Baby erfüllt auch seinen Zweck. Ah, ne. Hier kann er ja gar nicht sein. Äh. Die Kristallkugel. Ich will eigentlich Monstro behalten. Oder? Ach, scheiße. Jetzt ist es eh zu spät. Äh. Ich weiß nicht, was es bringt. Ein Kackbaby. Nö. Komm, gib mir Items. Äh. Zu riskant. Na, kacke. Äh. Ich hätte vielleicht den Crystal Ball doch behalten sollen. Na gut. Egal. Gibt ja noch weitere Ebenen. Und Devil Deals und so. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Kleinen Ticken. Minimil. Minimil. Minimal. Damage ab. Aber immer ein Fliegen. Einfach so. Voll geil. Guck mal, was ich machen kann. Ha. Die können scheiß. Und ich treffe sie halt nicht. Warte. Achso. Ja. Ich habe ja Bomben. So. Dring einfach ein bisschen. Verdammt. Balls of Steel. Perks. Was auch immer Perks macht. Und Telepilz. Weißt du was? Dann gehe ich einfach weiter. So viel gibt es eh nicht mehr zu erkunden. Außer den Geheimraum da. Nochmal ein paar Münzen. Hilft mir auf der nächsten Ebene. So. So. Durch. Was bist du denn? Cracked Crown. Stat Booster. Oh. Sehr nett. Okay. Speed up. Are you? Ja gut. Infested. Health up. Perks. Ich habe keiner, was Perks macht. Nochmal ein Health up. Retro. Okay. Äh. Truhe vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, was Perks macht. Keine Ahnung. Ich habe gehört, das soll cool sein. Aber ich. Weiß nicht genau, was der Resinen und Zweck. Alter. Sowas will man in Normal Runs haben. Und wir müssen nur zu Mams hässlichen Fuß. Oh. Dich kenne ich nicht. Was bist du denn? Shade. Ich kenne es nicht. Er verfolgt mich einfach. Ich raff es nicht. Hä? Egal. Soll mir recht sein. Fliegen. Shade. Komische Items, die ich nicht kenne. Blood Donation Machine. Euch spreng ich. Dich nicht. Und dir. Hier mache ich. Meinen. Hier will ich mein Geld loswerden. Justice. So. Nimm all mein Geld. Kleiner Mann. Das reicht jetzt aber. Komm, gib mir was cooles und verschwinde. Okay. Gib mir was cooles und verschwind. Ah. Ja. Okay. Bamboo. Want Coin. Immerhin furzen wir jedes Mal, wenn wir Schaden nehmen. Na ja. Das freut. Bumbo. Und nochmal ein HP ab. Ist das dämlich. Ach du Scheiße. Wieso kriegen wir denn so viel? Warum? Von den Perks? Ne. Oh. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, warum die mich jetzt so belohnen wollen. Diese Gold Chess, ne? Oh Gott. So. Erledigt. Da ist der Dings Room. Der Item Room. Ich habe Gold Bomben irgendwie lieber als Schlüssel. So. Wir brauchen immer noch ein bisschen Damage. Ich meine, wir haben jetzt echt Utility und den ganzen Scheiß abgehakt. Auch mit Fliegen und so Zeug. Viershot. Ja. Das ist auch nochmal Utility. Ganz nett. Okay. Okay. Shop. Oh Gott. Was macht denn der Shade? Macht der Schaden bei Gegnern, wo er dann reinläuft? Dann bringt es ja nur bei bewegenden Gegnern was. Da oben ist noch einer. Ja. Verkriech dich. Und hier unten. Du schießt mich hier nicht an. Okay. Nein. Meine Münzen. Bumbo. Mini-Dukes. Jetzt noch so ein geiler Devil Deal. Dann bin ich happy. Der Raum ist nicht so geil. Na? Die halten so viel aus, diese Fettsäcke. Sie halten zu viel aus. Shade, mach was. Ja. Gib mir nochmal. Ich hab's gesehen. Junge, Junge, Junge. So. Shop. Zack, tot. Na. Okay. Der Bumbo, der schießt schon mal ein bisschen. Das ist ganz nett. Hinter mir auftauchen. Hinter mir auftauchen. So, erledigt. Was haben wir hier? Den Kompass. Oh. Na dann. Äh. Ja, spreng. Ach, noch mehr Geld. Der ist Options. Ja. Jetzt noch ein cooles Item. Hive Mind. Ja, klar. Und in 3 Cash kriegen wir noch die Karte. Da wäre noch ein Mini-Boss. Ah, die 3 Cash kriegen wir. Oder wir kriegen immer Double Deals. Oh, den Goathead hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Oh. Hat er vielleicht eben ne Caves 2. Nein. Monstro hat den Falschen angegriffen. Monstro wieso. Hochverrat. Oh. Oh Gott. Warte, was mach ich denn? Ich furze mal. Ich furze mal alle rum. Ja, ich furze einfach die ganze Zeit. Es ist der, der immer spawnt, ne? Aber das gibt mir Münzen. Ach, herrlich. Schießt du überhaupt? Ne, oder? Ne, der schießt gar nicht. Äh, Münzen. Drei Stück noch. Bevor Bumbo sie wegfrisst. Verknabbert natürlich. Ja. Nein. Shit. Bumbo hat sie. Bumbo. Nein. Ich will, ich hab nicht drauf geschaut. Nein. Bumbo. Warum? Ähm. Noch gar nichts. Begleiter opfern. Aua. Äh, will ich Begleiter opfern? Ja. Nein. Shade will ich weghaben. Will ich Monstrous Zahn opfern? Eigentlich nicht. Ne. Ich kann mich ja noch entscheiden. So, irgendwo zwei Cash noch rauskriegen. Hier? Ne. Ah ja, geht nicht. Äh, vielleicht vom Miniboss. Hier? Ne. Hier? Ne. Keine Ahnung. Super Sloth. Super Träge. Na? Ah, meine Münze. Okay, noch eine. Nein, Sloth. Aber. Oh. Oh Gott, hat sie. Oh Gott. Was? Warum, warum kriegen wir solche krassen Truhen? Ist ja mega. Dann haben wir alles. Warte, das Dings kann ich auch mitnehmen. Die Safety Cap. Verschluck sie nicht. Dann holen wir uns noch. Die Karte. Ne? Ja, komm. Ich werde es wahrscheinlich jetzt gleich bereuen. Blanko Card brauchen wir nicht. So. Das konsumiere ich auch. Was gäbe es denn noch? Nicht mehr viel wichtige Sachen. Gut. Wir bleiben beim Monstro. Ne, ich behalte die Begleiter. Also Shade ist kacke, aber die anderen beiden sind nützlich. Ich weiß nicht, welches Gauferd wird. Deswegen. Lass ich es mal. Okay. Links ist der Item Room. Das Item Räumchen. Oh, der spawnt einfach eine Bombe. Richtiger Drecksack. So. Hi. Nein. Oh. Hat er keine goldene Kisten spawnen? Warum kommen da immer Träubomben raus? Und er liebt es, Bomben zu spawnen. Nochmal hält es ab. Oh, das löst. Das löst ja sofort das Dings auf. Ah. Nein. Töte mich nicht. Ja. Ich hasse diese Springviecher. Nochmal ein Goldherz. Nochmal ein Sehenherz. Was zur Hölle? Ich raff es nicht. Warum werden wir so mit Leo gewohnt? Okay. Okay. Da ist unser Damage ab. Warum? Ich war, ich habe keine Ahnung, warum, warum, warum kriegen wir so geile Sachen? Goldene Sensen. Sieht das geil aus. Okay. Speed up. Jetzt haben wir noch X Lags. So. Fertig? Fertig. Wow. 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 Komm, wir gucken einfach überall noch hin. Nein. Meine Münze. Äh, Judgment. Tschüss. Aber wir hätten ihm eigentlich, ach, eigentlich hätten wir ihm Dings geben können. Unsere guten Herzen, weil, mein Gott, ich habe so viele. Okay, was haben wir noch? Verdoppelt unsere Begleiter? Nö. Für unsere Zwecke richtig kacke. Äh, nö. Leider brauchen wir nicht, wir können fliegen. Dich kenne ich nicht. Ich nehme dich. Okay. Mehr Zeug zum Tragen. Keine Ahnung, was du bringst. Ach so, in den Challenges kann man auch, ähm, Items bekommen, die man noch gar nicht freigeschalten hat. Weil ich glaube, ja, ne, die Box haben wir noch gar nicht, eigentlich. Die kenne ich jetzt nur wegen der Switch-Version wieder. So viele Sachen, das ist unglaublich. Okay. Einfach durch. Das ist schon die, ne, nur nicht mal die letzte Ebene. Noch mein Herz. Das ist doch krank. Oh, nö, Geister. Oh, und wir können nicht durch Ding schießen. Totenköpfe. So, ja, try, baby, mach dein Zeug. Maggie's Faith. Gibt, glaube ich, auch jede Ebene neue, neuen Seelen, äh, neues Seelenherz. Oh Gott, Monstru. Mach. Ich hasse Brownie. Oh, aber fett Cash. Äh, dich. Nein. Bleib weg. Nur mal, Damage ab. Krampus. Okay, dann bist du wenigstens nicht in der nächsten Ebene. Aua. Dein Kopf. Äh. Ja. Ja. Wir nehmen den Kopf. Warte, in der nächsten Ebene brauchen wir. Ehe kein Devil-Deal. Äh. Da ist ja schon vorbei. Ach, ging das schnell? Einfach, ich mein, ja, wir mussten nicht weit, aber... Ach so, kommt einem mega kurz vor. Vor allem, weil die Items auch so mega krass sind. Was bist du denn? Feels greedy. Ich hab keine Ahnung, was du machst. Komm raus. Ach, warte, wenn Shade durch den Gegner durchläuft, dann... Nee. Also, es kam... Wow. Alter, was geht bei denen laufen? Okay. Äh. Auch wieder ein Item, was wir noch nie hatten. Lag. Okay. Kaufen wir einfach. Ja, Items, die man noch gar nicht freigeschalten hat. Was soll denn der erscheinen? Kann sein, dass die dann echt alle festgelegt sind, was wo ist. Ah. Guck mal, wir können Gegner einfrieren. Das ist cool. Ah. Du bist nicht cool. Äh. Warum konnte ich dich treffen? Äh. Ich frag gar nicht nach. Wir können es einfach. Was bist du? Pheromone. Pheromone. Äh. Einfach durch. Okay. Auch nochmal einfach so Zeug. Du bist Ipe kack, ne? Dann... Nee. Ich ruhig nehme mir jetzt nicht den Run, indem ich den Scheiß mitnehme. Da traue ich mich nicht. So. Komm mit. Diese laufen sie ja immer mega. Krass hässlich. Yeah. Also viel Zeug. Speed up nochmal. Ich will wissen, was diese Perks Ding macht. Perks Pille. Okay. Äh. Ich mach mal Devil und ich mach mal Perks. Das macht auch mal Damage ab. Okay. Cool. Das war's. Hä? Äh. 1034. Klingt doch viel besser. Sehr schön. Also das war's mal wieder mit nem netten kleinen Part. Daily Run. Wir sehen uns wieder morgen zum nächsten Part. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.